Ja, was soll ich sagen? Es ist nein, ich grinse, weil ich mich freue, euch zu sehen. Ne, Venedig ist ganz schlimm dran. Venedig steht wieder mal unter Wasser. Der Bürgermeister von Venedig hat jetzt Hilfe bei der Regierung beantragt. Allein, dass man dann Hilfe beantragen muss und nicht Hilfe bekommt. Ja, die Kosten werden hoch sein. Meine Empfehlung ist jetzt für Venedig langsam, ich meine, 1964 gab es schon mal eine verheerende Überschwemmung, aber wir sind ja jetzt im Jahr, wo dort Touristen sind, 2019 sind ja mehr Touristen als 1964 oder whatever, zur alten Steinzeit. Meine Empfehlung wäre jetzt wirklich, da so eine Wassermauer zu bauen um Venedig rum, irgendwie, dass man das irgendwie in den Griff kriegt oder die Sachen für die Touristen da höher, dass die da alle nicht im Wasser. Ich meine, Venedig liegt auf Wasser oder liegt im Wasser und viele Häuser, da ist Wasser drumherum und so weiter. Und James Bond wurde ja auch in Venedig gedreht. Also Venedig ist ja wunderschön, deswegen verstehe ich nicht, warum er das so vorkommen lässt.